Jetzt bitte ich mal Jasmin zu mir. Um 20 Uhr machen wir immer bundesweit die Schweigeminute. Ja, es ist wieder um 20 Uhr herum. Ich sage immer, irgendwo ist mal auf der Welt überall 20 Uhr. Und es ist Zeit für unsere Schweigeminute, die wir bundesweit auf den Mahnwachen machen. Und ich möchte euch wieder einladen, gedanklich in euer Friedensbild zu gehen. Das, was euer Frieden für euch sein kann, was für euch dazugehört. Und dieses Bild zu gestalten mit allem, was euch einfällt. Wie ich immer sage, mit Stiften, mit Pinseln, wie ihr kreativ sein könnt, euch vorzustellen, wie euer Friede aussieht, was einfach alles dazugehört. Und dann sich gedanklich und gefühlsmäßig auch mit allen Menschen, die in diesem Moment friedvolle Gedanken hegen und glückliche Gedanken hegen, einfach zu vereinen. Und dazu lade ich euch ein. Und ich denke, wir fangen einfach an. Wie sich wie der gestiefelte Kater ja auch mal was machen. Die Kutine ist nämlich auch kapitalistische Unterdrückung. Die Geister an die Bösen sind jetzt weg. Die Geister an die Bösen sind jetzt weg. Die Geister an die Bösen sind jetzt weg. Die Geister an die Bösen sind 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 weg. Ja, dann seid willkommen wieder im Hier und Jetzt. Und ich danke nochmal ganz herzlich für unsere Räucherung, weil wer sich damit ein wenig beschäftigt, wird ganz erstaunliche Dinge kennenlernen, weil Schamanismus ist ja die älteste Form der Medizin auf unserem Planeten und mit einer Räucherung haben wir hier heute auch eine Reinigung miterfahren. Dafür ganz, ganz besonderen und herzlichen Dank.